Der Außenverteidiger fehlte wegen seiner Oberschenkelprobleme bereits beim morgendlichen Anschwitzen, wie die Bayern bestätigten. Als Ersatz für den österreichischen Nationalspieler steht Raffin ja bereit. Punkt, 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 Punkt. Besser sieht es dagegen bei Corentin Tolisso aus. Punkt, 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 Punkt. Der Mittelfeldspieler ist nach seiner Schienbeinprellung dabei, wird zunächst aber aller Voraussicht nach auf der Bank sitzen. Punkt. Neben aller Baffin-Trainer Jupp Heynckes auch die Rekonvaleszenten Manuel Neuer, Kingsley Kommen und Arturo Vidal. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, 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 Punkt. Punkt, 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 Punkt. Punkt, 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 Punkt. Untertitelung des ZDF, 2020